Hallo, willkommen zurück zu MyCardBeeOnline. So, wir haben jetzt ein Party aufgehört und machen natürlich auch weiter mit Manuel. So, und wir haben ein paar Leute gefunden. Und zwar wir, dann noch Mario aus Mexiko, Playa aus Mexiko, Ben aus Großbritannien, Kara aus Großbritannien, Playa aus Vereinigte Staaten und Rafa. Und 24 aus Vereinigte Staaten. Denn Rennen wird vorbereitet. Dann mach hin. Bitte warte. Wir warten schon die ganze Zeit. Hallo, es mach hin. Fakt. So, wir wollen natürlich wählen. Und zwar, wir wählen heute mal, ja, Kokospromenade. Wir wollen ja mal was anderes sehen. Das ist noch ein Angebot. Der Schussis Kaskaden. Dann drei Fragezeichen, drei Fragezeichen. Ja, mal gucken, was kommt. Gibt's den Peach Peach und der Spezialer Delfino. Mal gucken, was kommen wird. Es kommt. GBA Sky Guys Strand. So. Wenn es weiter nix ist. Also. Es geht los. 3, 2, 2, 1, und Action. Geh da weg. Gut. Ja, also hier sehen wir eine schöne Strandstrecke. Und die hat mir damals schon, ja. Die hat damals Spaß gemacht auf den. GBA, ne? Oder? Ja, muss ja. Auch nö, nicht die blöde Wolke. Ja, kannst gleich haben. Da kann ich dann mal stehen. Ich will die scheiß Wolke auch nicht haben. Haha. Hab mal Lust, die Leute. Das müsst ihr zugeben. So, großer Pils. Tschüss. So, komm. Bisschen abkürzen. Perfekt abgekürzt. Und damit haben wir schon Runde 1 geschafft. Ach, ich liebe die Strecken. Die geht schön schnell von der Hand. Ich will den Scheiß an ihm ab. Kannst weg damit gehen. Ja, klar. Bin. Kommt einfach mal so aus nix. Oh, mach hin. So. Und dann noch ne Banane. Kommt mal hin. Dann noch der Fragezeichenblock. Und der umgekehrte. Zack. Dann hier rum. Perfekt. Hier. Perfekt. Und damit sind wir schon in Runde. Nummer 1. Das letzte. In der letzten Runde sind wir jetzt. Jo. Und wir sind Erster mit nem, boah, guten Vorsprung. Kommt mal hin. Das war, glaub ich, jetzt dumm, oder? Damit geht das so. So, wir haben 4 Mann da an. Das heißt, 4 Panzer. Können uns was anhaben. Aber natürlich ne Rot und keine Blaue. Blaue. Oh, Bombe. Ja, gut. Kontieren jetzt auf einmal her. Gibt's doch nicht. Da, guck, guck, guck. Zieht euch ja. Schade. Oder? Haben wir gewonnen? Ne, der freut sich, glaub ich, nicht so, oder? Ne, ich glaub, sie ist Erster. Na gut. Lass nur sie Erster. Jo. Och ja, gut. Warum nicht? So, mit 7 Spieler. Ja, das ist noch akzeptabel. Mal gucken. Rennen wird vorbereitet. Mal gucken, wie es jetzt wird. Kokospromenade immer noch. Na los, Bachtinne. Oh, wie ich jetzt hasse mal, wenn jemand so lange warten muss. Na los. Dankeschön. So, und wir spielen. Kokospromenade. Perfekto. So, 3, 2, 1, und los geht's hier. So, rechte Rolltreffer als erstes. Warte, der hat erstmal gleich den Bills. Gut ist intim am Anfang. Ja, Gott. Rump hier. Perfekt, oh. Hier hoch. Perfekt. Dann roter Panzer. War hier rum. Rump rum. Perfekt. Dann hier durch. Schade. Egal. So, dann hier rum. Hm. Und wir sind zur Zeit dritter. Yay. So, da vorne ist Kara. Ey, den wollte ich mir holen, den Block. Böse Kara. Hm. Egal. Ja. Kann sein wieder an den Scheiß. Ja, der war dumm. Aber so ist es nun mal. So. Da komm, weißt du. Wir sind vierter Platz. Das geht. So, wir schmeißen mal gleich die Bombe nach vorne. Und zwar hier. Na, das war schlecht. Doch, na gut, Dinger, so. Gut, das war gut. Nein, falsch herum. Perfekt. Dann hier rum. Dann sind wir auch schon drauf. Und dritten Slaps. Meistar. Ach, du sollst ja nicht da ran. So, den hier machen. Och, Menno. Komm hier hoch. Dann, zack. So, dann hier. Zack, zack. Und dann hier rum. Und dann sind wir auch schon wieder in der letzten Runde. Und blauer Schachipanzer mal gleich hinterher. So, wir sind auch einen guten dritten Platz. Und es gibt irgendwie heute nicht mehr so viele Leute, die mitspielen wollen. So, da spielt da, wie vorhin. So, da spielt da jetzt vier zwanzig. So, hier hoch. Und rum, rum. Versch. Da kann man den. Wie haben wir gerade durch? Oh, die hat gute Panzer. ja ja, bin jetzt leider ein bisschen blöd, ja richtig richtig oh, oh oh, oh oh, war der knapp nein, scheiße hat ihn Glück, die Frau oder mann keine Ahnung komm, komm, zweiter perfekto so, haben wir dann auch schon wieder geschafft das sind ganz mehr viele Spieler ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben das ist eigentlich bis sieben sein hm na, mal gucken wir gleich mal gucken wir zu uns gleich sagen werden wie viele Spieler teilnehmen werden ah, die Schrecke macht Spaß hier haben sie auch schön gestaltet na gut, vielleicht nicht so schön, die Blumen waren ja das wäre gerade nicht so toll aber sonst ja so zwölf Spieler, oh, das lohnt sich jetzt nicht die Leute so angucken wir mal was uns hier alles auf den Tisch gelegt wird ja oh, ein 4000er, 8000er oh, ein 5000er ein ganz neuer auch dabei so, wir spielen mal ja, die ist ein bisschen schwer mal gucken so, SNES Geisterteil 2 bei Frage 2 3 Fragezeichen das ist doch viel eigentlich nicht, aber egal ein bisschen auf den Ordner doch noch lauter oder so aber das hat auch geschafft so und es geht los mit SNES Geisterteil 2 nein jetzt habe ich nicht jetzt habe ich nicht den Togo start gemacht ach komm, hier rum perfekt hier weg da hier rum perfekt na komm die Schrecke kann man immer sehr schnell beenden also von daher geht es super einfach ja, außer man ist so doof und man bleibt gegen der Kante hängen wie ich gerade so ja, perfekt mal da hier rum oh äh, ja guck mal wer da vorne mitspielt, Leute spreche den Namen mal lieber nicht aus nein, ich hasse das, ey komm, 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 Meno oh, ich hasse die Schrecke manche können, manche strecken manche auch nicht und ja, so weiter und so fort oh ja, komm, nein den wollen die schon fahren ach, Meno ok, Leute, äh, ich sag schon mal minus 100 Punkte darf ich mal einfach so, obwohl ich es gar nicht weiß komm, ich geh hier lang, ich brauch ein Item so, die ersten sind glaube ich schon ein Ziel, ne? ach, scheiße so ein Müll hier auf dieser Strecke ah, Gott nein, Meiche oh, 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 oh komm, zieh durch, denn wir sind bald noch vierter ja, die Strecke geht sehr schnell so, plus 71 ja, das ist doch gut und über uns ist unser ja, ich spreche den Namen nicht aus so, Rennen wird mal wieder vorbereitet und da ich noch nicht weiß, ob ihr zu diesem Zeitpunkt erzählen wollt oder nicht lass ich es drin so, wir warten und warten und warten und warten und warten und wir warten und warten so, wir wählen immer noch den Kurs wir wollen mal weiß Goldmina haben da haben wir mal was zu tun so der ist Joschis-Kasskahn der ist Joschis-Kasskahn Luichis-Piste GZ in Valwigi Arena es sind jetzt Geisterteil 2 was noch Dicke Schikane GZ in Valwigi Arena und GZ in Peach Peach und wir spielen meine wahl ist goldmine endlich wurden wir mal ran genommen zwölf spieler das wird lustig sein ich mach immer die anregel immer von der gamecube da muss man ja ab 1 und dann drücken und hier sind ja zwei stunden ein knopf oder ein knopf in den zwei knoppen sogar ja halt zu halten so ich gehe auch mal johin immer ein team an oder eis doch einfach mein gott aber ein ganz gefährlicher rektor und die blöde wollte es wieder da wenn jemand will jemand will jemand hier kann jemand gerne aufnehmen gibt's doch nicht alle wollten die abkürzung damit schaffen so nicht und wir haben ja gerade bis gleich bis zum nächsten part leute so